Die Schweizerische Bibelgesellschaft ist eine gemeinnützige Organisation, die sich gemeinsam mit Bibelgesellschaften weltweit dafür einsetzt, dass Menschen Zugang zur Bibel in ihrer ganzen Vielfalt bekommen. Dazu zählt die Produktion von Bibeln, die Übersetzung auf qualitativ hochwertige Weise, sowie die Verbreitung in Zusammenarbeit mit den offiziellen Kirchen. Unser Anliegen ist auch, dass man sich mit der Bibel auf der gesellschaftlichen, ebenso wie auf der persönlichen Ebene auseinandersetzen kann. Dazu dient unter anderem unsere Vortragsreihe Mehr als Sternenstaub als Beitrag zur Diskussion über Bibel, Kultur und Wissenschaft. Untertitelung des ZDF, 2020